Keine Lust mehr, jeden Tag das Gleiche zu machen? Hey, mein Name ist Cedric. Ich bin seit 2019 für die Exchange AG tätig. 2014 habe ich meine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann bei einem großen Multimedia-Handelsunternehmen abgeschlossen. Danach war ich bei verschiedenen Firmen im Verkauf tätig, bis ich auf die Exchange AG gestoßen bin. Besonders mag ich die Abwechslung im Job, da ich immer in verschiedenen Filialen unterwegs bin und jede Filiale unterschiedliche Schwerpunkte und Anforderungen hat. Da ich als Quereinsteiger bei der Exchange AG angefangen habe, hatte ich immer viel zu lernen. Dabei wurde ich immer optimal begleitet. Nun kann ich mit geschulten Blicke die Echtheit und den Wert eines Schmuckstückes erkennen. Auch der Schmuckankauf und die Geschichte hinter den Schmuckstücken faszinieren mich immer wieder aufs Neue. Ich wurde von der Exchange AG wie in einer Familie aufgenommen und habe die letzten Jahre nicht nur viel über das Unternehmen, sondern auch viel über mich selbst gelernt. Das Betriebsklima bei uns ist sehr gut. Jeden Tag gehe ich gerne zur Arbeit und es wird nie langweilig hier. Wenn auch Sie ein goldenes Händchen haben, dann bewerben Sie sich gerne bei uns.